Hey Leute, ich bin zuversichtlich. Ich bin zuversichtlich, dass das klappen könnte. Aber schaut mal, das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus, oder? Okay, jetzt füllen wir unseren angeblich kinetischen Sand in zwei Schüsseln. Echt gespannt, Leute. So, wir haben jetzt hier zwei Schüsseln kinetisch werdender Sand. I hope. In die linke Schale tun wir jetzt hier mal rote Speisefarbe. Und hier links tun wir blau rein. Blau ist meine Lieblingsfarbe. Okay, Leute, ich bin echt excited. Wirklich aufgeregt. Ich hab jetzt hier die rote Farbe, die vermisch ich jetzt mal. Und jetzt soll es zu kinetischem Sand werden. Jetzt kommt blau. Ja, Leute, was soll ich sagen? Wir haben beide Sand, bei beiden Sand mit blau und rot gemischt. Aber ganz ehrlich, wie soll ich daraus jetzt kinetischen Sand machen? Leute, das ist einfach viel zu flüssig. Beide Experimente sind dementsprechend leider fake. Das ist schade, aber wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann drückt gerne hier das Plus, beziehungsweise kommentiert gerne, was ich als nächstes machen soll.